Ein gescheiter Angriff und schon sowas zum Beispiel. Tunnel gegen Mendiel. Boah, ein Traumpass! Das ist die große Chance und das ist das 2 zu 0 durch Kovnacki. Traumhaft gespielt. Chance zum 4 zu 0. Da ist es auch! Schalke geht unter. Kovnacki trifft zum Zweiten. Jetzt Kovnacki. Gute Position! Latte Tor! Super! Und das mit dem Überschaubaren. Das nehme ich sofort zurück. Solch ein Tor quasi aus dem Gelenk von David Kovnacki. 1-1. Jaaaaaaaaaaaaaaaah! Jaaaaah! Von Kovnacki. Kovnacki, Tor! Das gilt auch! Jaaaaaah! Aaaaaaaaaaaaaah! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR